Also dieser Don Nutz ist ein fabelhafter Alleinunterhalter. Ja, das kann man wohl sagen. Wann tritt er eigentlich auf? Er war doch eben dran. So, hat er mir gefallen? Du hast jedenfalls gelacht wie verrückt. Na, dann ist es ja gut. Sinn für Humor hat er ja, aber ein miserables Gedächtnis.